Mal los, 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 plus 16, minus 16, plus 16, minus 16, plus 16, minus 16. Bist du den Nerf vom Lee, vom Lee? Joa, ein bisschen. Das ist ein Free Win. Also, Magi Felix, ähm, der AD Carry ist gut, aber ich weiß nicht, wer das ist. Lass mich mal kurz schauen. Oh, nee, das ist Tore, das ist ein Support Main. Wie gefällt dir so die Team Synergy bei Panther? Würde mich mal so interessieren. Also, das Ding ist halt, wir sind jetzt, ähm, seit 5 Monaten im Team und es wird immer besser, so, weißt du? Von Tag zu Tag, Scrim zu Scrim, wird's immer besser. Das ist ein Set-Blind-Pick auf Top-Lane. Pick ich da jetzt echt Lee rein, counter ich mich selber. Lee ist Free Win, Leute, eigentlich. Leute, Leute, das ist so verdammt nochmal Freelo. Das ist so Freelo. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben so ein Freelo-Game gesehen. Not, not even joking. So, jetzt nur noch hier, Bot-Lane, Level 1, Invaden, let's go. Ja, da hat Morena nicht so Bock. Hello there. Oh, ja. 5 Leute, Morena, Q-Start, bam, Freelo. Straight up. Ich geb einen guten Pull, bam, Freelo, straight up. Smite ich dir eigentlich den Red? Och, Mann, du Wichser. Okay. Der Krieg, Alter. Holy shit. Die Turbo Freelo. Oh, yeah, Morena. What is this Freelo, boys? So, Top-Wave ist semi-gut. Mitte gewonnen, Bot gewonnen. Top. Nicht unbedingt gewonnen. Hallo? Hallo? Geh doch mal in Tower-Range. Ich sterbe, Morena. Hinter ist nicht unser Lead weg hier. Oh. Oh. Ich war da fein, ne, wenn, ich hätte da vielleicht mein Bass abbrechen müssen, wenn ich kein Ward Ready hätte, er hätte mich killen können, aber weil ich ein Ward Ready habe, kann ich einfach weg, Ward Jump, wenn er tatsächlich da eine Fähigkeit reinballert oder so. Oh, was ist das hier, Alter? Oh, mal rein. Darksteel, der ist stärker gerade als ich, ist aber Freakill. So, die Wave, nächste Wave und dann Bass, äh, die Plate und dann Wave, ey, whatever, Leute. Faut einfach zu. Denn wenn Morgana hier hinläuft, anstatt die Golems zu finishen und den einfach Q, dann ist er tot. War ein bisschen Grief von ihr, muss ich sagen. So, Hard Pushen, Mitte Moven, weil der Side of Spotlight Moven will. Ich bin in die Wave. Ich sage, es kann da den Raum durchziehen. Ah, okay, doch nicht. Hey! Killing Spare. So, Aatrox ist noch kein TP. Denner ist nicht da, wenn er so da ist, Yuka, ähm, wir können den ganzen Tower, ah, nee, das kann ich kennen, weil... Ah, ganz hat das Haus nicht drin, leider. Okay. Ah, wie der Set ist so hart vom Griefen, holy shit. Okay, riped Jhin. I mean... What is this? Das war desperate, Leute. Kann die sogar 2v1'n da. Braucht nicht Momo gerne. Also, das ist so hart MA. Ah. 3 2 3 4 4 1 4 4 10 5 6 7 7 Ah, der Flash war so bad, Leute, actually. Warum bin ich da so geflasht? Kein Sinn, das war einfach nur für fancy. Das war einfach Montage-Play, so, wisst ihr? Oh, Mann, ey. Ja, Leute, das ist einfach... Einfach Lee zu Rank 1, oder? Weil Lee ist auch perma-offen, so. Die ganze Zeit. Oh. Oh, 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 oh. RIP. Ich glaube, das ist ein Bait. Ich glaube, das ist ein Bait, ja. Das ist ein Bait. Das ist kein Bait, Leute. Das ist kein Bait. Und das da auch nicht. Ja. I mean. Leute, ihr verliert das. Ah, ihr verliert das nicht. Ah, damn. Ja, das Ignite hat die Carrieter gerade eben. Wenn er keine Ignite hat da, dann gehe ich beide. Mit Goddrinker. Ich habe Goddrinker gedrückt, ich glaube schon, oder? Boah, ich muss mir unbedingt gleich Wasser holen, Leute. Die haben das auch nicht schlecht gespielt. Ich meine, die haben ja alles reingeballert, Alter, was geht. Wenn ich meine Ulti auch nicht auf deiner use, gewinne ich das. Oh, das Comeback. Hui. Lucy. Actually, der Aatrox spielt die Falle nicht schlecht. Aber das ist doch hier ein Pentacle, oder nicht? Hä? Set. Bruder. Äh, äh, Samira, Bruder. Hallo. Oh mein Gott, Alter. Was war denn das, Alter? Das war ja voll der schlechte Warjump, Alter. Ah, ich beende das Game hier. Oder auch nicht. Come on, Boys. Lass mich doch das Game beenden hier. Okay. Boah, ich würde da so gerne reinspringen, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie hart ich da reinspringen will. Ach, Mann. Oh, mein Wett. Oh. Ein bisschen Lee Mechanics üben, Leute, hier. In diesem Low-Elo-Game. Oh, boy. Oh, Mann. Ich hätte mir Pinkwoods kaufen sollen. Jetzt macht es keinen Spaß, die zu spielen. Ohne Warjump. Es ist auch, Lee ist viel schlechter ohne Wards, ne? Zehnmal schlechter sogar. Ohne Warjump. V Jeffrey! vu �